Wisst ihr, ohne Beine kann man nicht richtig aimen. Na kinders, alles klar bei euch, hm? Willkommen zurück bei einer weiteren Runde CSGO Matchmaking hier Folge 59 oder Folge 60. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe aufgehört zu zählen, wisst ihr. Aber es gibt eine Sache, die ich nicht aufhören kann zu zählen. Das sind die verschissenen Blumen, man. What? You gonna die da, brah. You gonna die da. Achtung, Headshot. Yeah. Okay, gut, sie reden schon mal. Immer gut, wenn das Team spricht. Oh nein. Wir sind die guten alten Russen geblieben. Easy peasy, Mann. Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich dachte, einen habe ich gekillt, reicht ja erst mal. Und ich sehe schon, die Mates können sich nicht richtig hinstellen. Das heißt, ich muss hier stizzeln. Hier, das ist halt mein Platz. Super, alle B, geil, habe ich mich richtig darauf gefreut, jetzt Ah, die Mates kommen von hier, okay So, wie heißt das hier nochmal, ich habe es vollkommen ver... Ich wollte die Waffe aufheben Ich hoffe, der schafft das, ich gehe schon mal weg, falls er es nicht schafft Move, I have a kid Das ist natürlich eine ganz fiese Nummer, ne, sowas Ich frage mich, wie ich mich anhöre, ich frage mich, wie so ein, also wenn ich calle Ob ich mich wie so ein typisch Deutscher anhöre, der Englisch spricht Da höre ich mich an wie so ein richtiger Englischer, Englisch sprechender Mensch Hahaha, easy peasy, lemon squeezy, oh, oh man Oh, Banana, das Wisst ihr, ich dachte, ich kann ihn holen Ich dachte echt, ich bin MLG-Pro und kann ihn wegklatschen Nachdem ich meine Frau verlassen habe, habe ich ziemlich lange Counter-Strike gespielt Und bin ultra gut geworden, aber den habe ich nicht bekommen Vielleicht soll es nicht so sein Vielleicht soll ich lieber Tetris spielen Alles klar, ist mir scheißegal, Mann, ich pimmel hier alles kaputt Denn ich bin so... Was? Was ist los bei euch oder was ist da auf Baby oder was? Ich komme mal lieber rüber Alter, wie sich Lila komplett zurückzieht, ist er wahnsinnig Leute, es läuft, wir haben es im Griff Der war hier hinten irgendwo bei, was weiß ich, in einem Busch gesessen oder so Ich sage einfach mal gar nichts, ja, guckt einfach mal auf meine Score Ich sage nichts, es bringt ja Pech, ne Viele sagen, dass ich scheiße spiele, ich kann es verstehen Nach meinem Flugzeugunglück hatte ich jahrelange Genesungszeit Mein Skill hat sich damit dramatisch verschlechtert Wisst ihr, ohne Beine kann man nicht richtig aimen Aber naja, wir sind ja reich, von daher können wir schön ordentlich... Gear up and don't block me or gonna fuck your mom Ha, ist schon, man darf den Mates halt nicht vertrauen, ne Wenn sie jetzt nicht rangehen, wenn sie es wieder nicht schaffen, ich sehe es kommen Kommen, 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 kommen Immerhin haben sie mal eine Runde geholt, kack pfeifen Okay, so, ich habe jetzt die Op Oh, scheiße Mann, Mann, Mann Kinder, Kinder Nein, leider habe ich ein Problem mit der Aufnahme gehabt Die Kamera lief zwar noch, aber der Rest irgendwie nicht Ich hoffe, jetzt geht es wieder gescheit Wir haben richtig fett mittelmäßig gespielt Wirklich sehr schlecht Also es war, äh, gut, jetzt nicht peinlich Aber es ging schon an die Peinlichkeit ran Das wird die Folge leider sehr, sehr cool Aber ich guck mal, vielleicht kann ich ja noch einiges rausholen Äh, zum zeigen Halt, ihr wisst schon Boah, scheiße, die Band dran Wir sollten, oh, der ist auf Ah, okay, er plantet gleich, er hat schon geplantet Oh mein Gott Da ist einer und der Wurst hat Ich habe mich damals wirklich darauf fokussiert, dass meine Beine nachwachsen Ich habe Aim-Training ohne Ende gemacht Und viele Dinge schleifen lassen Die Familie Meine Kinder Oder richtig den Hintern abzuputzen Viele sagten, boah, du riecht so nach Scheiß Aber es war mir egal Leitige Mutter Kurz nachlode Kurz runterspringe, oh fuck Und weiter geht's, Leute Nie anhalten Das ist der P90 Rush Oh, gelb ist down Sehr schön, Bomb ist down Das habe ich am liebsten, wenn meine Bombe down ist Es sind nur noch zwei eigentlich Ist das Und das Peanuts Was, was, wo ist, wo ist Ladder Laberstimme ich gerade voll, oder was Oh, Snitch Hey, der wird ein Rich like a Bitch Okay, er kommt jetzt, passt auf Er kommt, er kommt, er kommt Oh mein Gott Und Ah, ich will mit den Hühnern reden Man kann doch angeblich mit den Hühnern labern Hallo Boon Oh, es funktioniert nicht Was eine Lügerei Hier geschehen ist Oh, alles klar Oh, ja, Pisi Oh mein Gott, brah, don't get killed Oh mein Gott, he's dead Kleine Regel bei Männern und bei Frauen Wenn ihr das Alter wissen wollt Er guckt eine Frau an Und zieht einfach ungefähr zehn Jahre von ihrem Alter ab Dann habt ihr ihr Alter Bei Männern schlägt man ungefähr zehn Jahre drauf Dann hat man das Alter der Männer So, kann man das Ach ja, du Pisser mit deiner verschissenen Schrott Der ist wahrscheinlich Alt Leute, die Mates haben es gemacht Letzte Runde Es ist schon die letzte Runde angebrochen Vielleicht komme ich ja doch nochmal zum Uprank Irgendwann Das war echt eine edle Geschichte Ich gehe jetzt sowas von Banane hoch Alter, das wird so krass Oh mein Gott, wird das krass Ah, ich hab die Bombe Fuck Naja, immerhin noch einen gepichert, ne Hm Ich komme mir schon, man Labern nicht zu viel Oh, super Ja, der klaut mir noch den Kill Alles klar Yeah Na schön hinten den Hinterkopf weggeklatscht Sogar Knall hat noch einen Stern bekommen Also wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht Aber kein Uprank 62 Punkte geht eigentlich, oder? Naja, komm Kreis drauf, ne Auf jeden Fall mal Wisst ihr, was ihr mal wieder machen könntet? Ihr könntet einfach mal einen Daumen nach oben geben Ja Und wir sehen uns das nächste Mal Vielen Dank fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal Ihr Nachrichtensprecher Fickt die Wurst Ciao Viele meinten, du riechst noch scheiße Aber es war mir egal Viele meinten, boah, du riechst so Höhööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Vielen Dank.